Dies ist Herr Meier. Herr Meier produziert und verkauft Autos. Für die Produktion vergleicht er beim Einkauf die Preise der Materialien und bestellt diese in ausreichender Menge zum günstigsten Preis. Mit der Fertigstellung des Auftrags wurden alle Materialien verbaut, sodass er nichts übrig hat. Hier war die Zeit- bzw. Mengenplanung optimal. Nach Fertigstellung des Produkts verkauft er dieses an einen Kunden. Durch den hohen Verkaufswert und den günstigen Einkaufspreis macht er viel Umsatz, denn im Einkauf liegt der halbe Gewinn. Des Weiteren hat Herr Meier durch jahrelange Erfahrung einen guten Ruf und Internationalkontakte geknüpft. Dadurch verschickt er seine Ware weltweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017